Hallöchen, ganz herzlich willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator mit einer neuen Tutorial-Reihe. Und zwar diesmal mit dem brandneuen Fly-by-Wire Airbus A380. Der ist heute frisch rausgekommen und das ist Grund genug für uns, heute sich das Flugzeug mal ganz in Ruhe anzuschauen. Wir werden einen normalen Flug von A nach B durchführen. Wir stehen aktuell in London Heathrow und werden gleich gemeinsam in Richtung Frankfurt starten. Kurzer Disclaimer noch vorneweg, das ist aktuell noch eine Alpha-Version des Flugzeuges. Das heißt, je nachdem wann ihr das Video guckt, kann es sein, dass schon andere Funktionen verfügbar sind, die jetzt hier in dem Video nicht gezeigt werden. Aber die Basics, um von A nach B zu fliegen, funktionieren jetzt schon mal. Vorneweg auch ein dickes, dickes Lob an das gesamte Fly-by-Wire-Team, die jetzt seit über drei Jahren hier an diesem Flugzeug gearbeitet haben und es uns jetzt nach langem Warten endlich kostenlos zur Verfügung stellen können. Auch für mich ist das Flugzeug noch neu. Das heißt, ich werde versuchen, euch alles so gut ich es kann zu zeigen. Es kann sein, dass manches noch nicht funktioniert. Ich versuche hier und da auch ein paar Erklärungen mitzuliefern, gerade wenn was ein bisschen anders funktioniert als in den herkömmlichen Airbus Flugzeugen. Solltet ihr noch Anregungen haben, irgendwas mir noch sagen können, was ich noch nicht weiß, irgendwelche Sachen, die ich vielleicht auch übersehen habe, dann lasst es mich super gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten empfehle ich jedem von euch, sich erstmal ganz in Ruhe das Flugzeug von außen anzuschauen. Es ist wirklich grandios gelungen. Beeindruckende Größe, gerade wenn man vielleicht irgendwo im Multiplayer steht und nebendran steht so ein putziger A320. Dann sieht man erstmal, was für Dimensionen dieses Flugzeug hat mit einer Spannweite von 80 Metern. Es ist wirklich gigantisch und ich freue mich jetzt sehr, gemeinsam mit euch diesen Flug zu machen. Und wir wollen gar nicht viel mehr Worte verlieren. Wir hüpfen ins Cockpit und starten mit unserer Flugvorbereitung. Im Cockpit angekommen, muss ich ganz kurz vorneweg sagen, dass normalerweise eine Crew, die einen Airbus A380 oder auch einen 350 übernimmt, das Flugzeug normalerweise nie komplett ausgeschalten vorfindet. In unserem Fall sind wir jetzt aber im Cold and Dark. Ich werde euch einmal komplett jetzt zeigen, wie wir das Flugzeug einschalten. Und bevor wir das machen, gehen wir aber einmal hier rüber ins Tablet. Das nämlich genauso wie im FlybyWire A320 hier an der Seite verbaut ist. Ist vom Interface her auch genau gleich. Hier können wir schon mal über SimBrief unseren Flugplan reinladen. Bevor ihr irgendwas macht hier, würde ich erstmal in die Settings gehen. Würde hier einmal komplett alles einstellen. Eure SimBrief Daten hinterlegen. Alles so konfigurieren, wie ihr das gerne hättet. Und dann könnt ihr nämlich hier über SimBrief euren Flugplan einmal reinziehen. Wir haben in unserem Fall einen Flug jetzt von London Heathrow nach Frankfurt. Dann haben wir nämlich hier schon mal die Wetterinformationen, die Fluginformationen und so weiter. Hier finden wir ganz normal unseren Flugplan. Den gucken wir uns gleich einmal zusammen an. Was wir jetzt aber am Anfang einmal machen wollen, ist hier auf die Bodendienstseite gehen. Dann hier den Ground Support auswählen und ein Bodenstromaggregat hinzufügen. Der A380 hat sehr viele Computer verbaut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gleich sicherstellen, dass wir genügend Strom haben. Deswegen machen wir das einmal jetzt hier über die GPU. Man kann natürlich alternativ dazu auch die APU verwenden. Bevor wir aber hier irgendwas einschalten, müssen wir noch ein paar Sachen checken. Wir gucken einmal, dass unsere vier Engine Master Switches alle auf OFF stehen. Dass unser Engine Start Knopf hier oben in der Normposition steht. Dass unsere Scheibenwischer ausgestellt sind. Und dann können wir schon mal die Batterien einschalten. Das machen wir hier oben links. Das heißt, wir schalten einmal Battery 1 an. Die Essential Battery. Battery 2. Und die APU Battery. Nicht wundern, wenn jetzt erstmal noch nichts leuchtet. Wenn wir aber hier runter schauen, sehen wir, so ein bisschen was geht schon an. Und jetzt müssen wir unsere External Power noch mit dazu nehmen. Die sinnvollste Reihenfolge ist, External Power 2 zuerst einzuschalten. Dann Nummer 3. Dann Nummer 1. Und dann Nummer 4. Das sorgt nämlich dafür, dass wenn wir es in dieser Reihenfolge einschalten, die Startzeit der Bildschirme ein bisschen schneller geht. Ist aber nicht verkehrt, wenn ihr das in einer anderen Reihenfolge macht. Sollten wir nämlich mal nur zwei External Powers oder auch zwei Generatoren zur Verfügung haben oder weniger, dann würde die sogenannte ELMU aktiv werden. Die sogenannte Electrical Load Monitoring Unit. Und die würde dann automatisch unseren Stromverbrauch priorisieren und gegebenenfalls dann Sachen wie zum Beispiel den Strom in der Galley, das In-Flight Entertainment oder sowas dann ausschalten. Und dann erst wieder mit Strom versorgen, wenn wir entsprechend viel davon zur Verfügung haben. In unserem Fall passt das jetzt aber soweit. Wir haben vier External Powers angeschlossen. Und dann gehen wir als allererstes mal hier komplett ins Overhead Panel, ins Aft-Overhead Panel. Hier seht ihr schon ein paar Knöpfe. Die meisten davon müssen wir eigentlich in der Regel nicht anfassen. Besonders nicht, wenn sie hier gegadet sind. Das sind eigentlich alles Knöpfe, die von der Maintenance verwendet werden. Wir gucken jetzt erstmal nur, dass hier keine Lämpchen leuchten. Hier GroundHF Data Link. Das steht auf Off. Das ist aber okay. Der Knopf funktioniert sowieso nicht. Das können wir also erstmal so stehen lassen. Dann gehen wir einmal wieder hier runter. Gucken, dass wir hier die ganzen vielen Knöpfe sehen können. Es ist ein bisschen unübersichtlich auf den ersten Blick, aber wer sich mit der Airbus Cockpit Logik auskennt, der sieht schon, dass das hier alles zwar ein bisschen mit mehr Knöpfen versehen ist, als wir das aus dem A320 kennen, aber doch von der grundlegenden Systemarchitektur gleich ist. Um den eben genannten Stromverbrauch einfach ein bisschen zu reduzieren und da wir ja an unseren Airconditioning Systemen aktuell sowieso keine Luft bekommen, können wir erstmal die Cabin Fans und das Cabin Cooling auf Off stellen. Müssen aber natürlich später dann dran denken, das wieder einzustellen, wenn wir es denn brauchen. Was wir jetzt auch einmal machen können, ist ein bisschen Licht einschalten, wenn wir das bräuchten. In meinem Fall ist das aber in Ordnung so. Ansonsten können wir hier über verschiedene Drehknöpfe dann auch das Licht im Cockpit ein bisschen erhellen. Ich bin auch ein Fan davon, die Displays nicht ganz so hell zu haben. Die kann man sich ansonsten hier an der Seite auch noch heller drehen. Ich würde das Ganze jetzt aber erstmal so lassen. Und dann arbeiten wir uns jetzt so ein bisschen durchs Overhead Panel und bereiten das Flugzeug so vor, wie wir das bisher auch gewöhnt sind. Als allererstes machen wir hier oben einen Firetest. Den kennen wir aus dem A320 auch schon. Mit dem Unterschied, dass wir hier den Testknopf einmal für alle Systeme gleichzeitig drücken können. Und dann hört ihr das Klingeln, ihr seht die Lämpchen leuchten. Genauso soll das ausschauen. Das heißt, das passt schon mal. Wir könnten jetzt auch schon die APU starten. Die brauchen wir aber aktuell noch nicht. Jetzt wollen wir erstmal hier uns durchs Overhead Panel arbeiten und unsere Cockpit Preparation fertig machen. Wir fangen hier oben links an, gucken, dass unser ELT, der Emergency Location Transmitter, gearmt ist. Da müssen wir aber normalerweise auch nichts anfassen. Dann unser ADIIS geht in der Reihenfolge 1, 2, 3 einmal auf NAV. Dann kann das nämlich schon mal in Ruhe hochfahren. Das dauert immer noch ein Momentchen. Dann arbeiten wir uns jetzt hier im linken Panel weiter nach unten. Hier müssen wir eigentlich in der Regel auch nichts anfassen. Ground Control ist automatisch auf Auto. Das haben wir ansonsten immer im A320 ja noch manuell eingeschalten. Dann müssen wir hier unten einmal Crew Supply aktivieren, dass wir also dann gegebenenfalls auf den Sauerstoff zugreifen könnten, wenn wir es denn bräuchten. Dann können wir die Strobe Lights schon mal auf Auto stellen. Die NAV Lights können wir schon mal einschalten. Seed Belts anschalten. No Mobile Signs gehen auf Auto. Und die Emergency Exit Lights werden einmal gearmt. Dann ist unser Engine Start Switch auf Norm. Das passt hier im Air Conditioning Panel. Schaut alles gut aus. Wir haben noch zwei Forward Lights, einen in PAX. Da kommt ja wie gesagt noch keine Luft an. Ansonsten steht hier das Crossbleed auf Auto. Der Airflow wird dann später nochmal speziell gecheckt. Oder wir gucken nachher dann einfach nochmal, dass die PAX dann entsprechend mit Luft versorgt werden. Dann kommt hier das Electrical Panel. Da seht ihr, wir haben die Exit Tunnel Powers alle connected. Wir haben alle nötigen Batterien eingeschalten. Und sonst haben wir an den Generatoren noch die Fortlights, die ja aber an den Triebwerken hängen. Also das ist auch soweit in Ordnung. Die Fuel Pumps können wir für den Moment erstmal auslassen. Das sind ein paar mehr als wir das aus dem 320 kennen. Das können wir aber auch dann erst später, bevor wir die Triebwerke starten, einschalten. Dann kommt das Hydraulik Panel. Ihr seht schon, wir haben jetzt nicht mehr drei Hydrauliksysteme, sondern wir haben ein grünes und ein gelbes System. Kein blaues System mehr wie in anderen Airbus Modellen. Dafür sind auch diese Systeme unabhängig voneinander, aber auch redundant. Und sind im Vergleich zum A320 auch nicht nur mit 3000 PSI Druck versorgt, sondern mit 5000. Dann sind wir hier im mittleren Panel fertig. Dann gucken wir uns die rechte Seite hier noch an. Hier haben wir noch ein Radio Management Panel. Das müssen wir aber jetzt erstmal auch nicht anfassen. Das passt soweit. Und sonst leuchten hier keine Lämpchen mehr, bis auf die Ventilation Lights. Die machen wir dann später noch an, wenn wir sie dann brauchen. Dann gehen wir jetzt einmal hier runter. Dann können wir hier schon mal unseren Luftdruck auf Q&H stellen. Wir sind ja hier in Europa unterwegs, da benutzen wir Hektopascal. 1013 ist auch der richtige Luftdruck für heute. Ich habe einfach mal ein bisschen Standardwetter genommen, dass wir uns da jetzt heute nicht mehr großartig drum kümmern müssen. Dann schauen wir einmal, dass diese Switching Knöpfe alle in der Normposition sind. Die Landing Gear Gravity Extension Kappe hier ist gecovert. Von der Uhrzeit her passt aber auch alles. Hier hätten wir ansonsten noch ein Standby Navigation Instrument. Das funktioniert hier aktuell noch nicht. Wir haben nur das normale ISIS hier oben. Das funktioniert schon normal, ist aber jetzt nicht weiter wichtig. Willen wir auch einmal checken, dass das soweit funktioniert. Dann gehen wir hier ein Stückchen nach rechts, gucken, dass das Anti-Skid an ist. Die Autobreak ist disarmed. Landing Gear Leather ist auf down. Das passt soweit alles. Dann schauen wir, dass unsere Parkbremse hier gesetzt ist. Die ist etwas versteckt, aber die steht hier auf on. Unsere Thrust Leavers sind auf idle. Das ist alles aus. So haben wir es ja schon vorhin gesehen. Dann haben wir übrigens hier auch die Indication, dass wir Bremsdruck drauf haben. Der Akku ist auch voll soweit. Deswegen ist die Nadel hier im grünen Bereich. Passt soweit. Müssen wir also nichts mehr dran machen. Und ansonsten sind wir jetzt aber erstmal grob mit der Flugvorbereitung hier fertig. Dann gehen wir rüber in unser Tablet und schauen uns einmal kurz den Flugplan an, was wir vorhaben. Wir fliegen als Flybar Wire 2 Alpha Charlie Heathrow Frankfurt. Kostindex 156. Es sind knapp 450 Main, die wir heute fliegen werden. A380 ist auch das richtige Flugzeug. Wir haben ein Estimated Take-off Weight von 373 Tonnen. Zur Landung dann noch 360 Tonnen und ein Zero-View Weight von 340 Tonnen. Geplante Reiseflughöhe ist Flight Level 390. Alternate ist hier mit Kopenhagen geplant. Wir können aber sicherlich auch München noch als Alternate in Betracht ziehen. Kommt aber hoffentlich heute nicht zum Tragen. Und was auch noch ganz interessant ist, wir haben eine Wind Correction von minus 3. Also ein ganz kleines bisschen Gegenwind heute auf unserem Flug nach Frankfurt. Der mit einer Stunde und acht berechnet wurde. Dann kommt ja noch der Alternate-Fuel und die gesetzlichen Reserven obendrauf. Das heißt, wir haben ein Minimum-Take-off-Fuel von 33 Tonnen. Also für drei Stunden Flugzeit kann man sich schon ausrechnen. Ungefähr 11 Tonnen pro Stunde brauchen wir. Dann kommt noch 15 Minuten Taxifuel obendrauf. So dass wir mit 33,7 Tonnen jetzt erstmal planen. Und uns dann gleich noch überlegen, ob wir gegebenenfalls etwas mehr mitnehmen. Die geplante Route führt uns raus in Heathrow von der Runway 27R über die Deadlink to Foxtrot Departure. Dann über Dover und unser Routing bis nach Incom. Und dann geht es auf die Incom-Bahn Bravo und wir erwarten die 2,5 Links in Frankfurt. Die 2,5 Rechts, also die Nordwestbahn in Frankfurt, dürfen wir mit dem 3,80 gar nicht anfliegen. Und da das die einzige verbleibende Landewahn ist, rechnen wir also mit der 2,5 Links. Heute mit uns fliegen 385 Passagiere. Wir haben 7,7 Tonnen Cargo dabei, macht eine Gesamt-Payload von 40 Tonnen. Und eben gesagt schon ein Zero-Fuel-Wade von 340 Tonnen. Und wir könnten 35,2 Tonnen extra jetzt auch mitnehmen. Also nochmal zu viel, wenn wir es denn wirklich bräuchten. Ohne dann später zu schwer für den Start oder in dem Fall vor allem auch für die Landung zu sein. Dann sehen wir hier noch einmal unser Routing. Wir gucken nur ganz kurz, mit wie viel Sprit wir später in Frankfurt ankommen sollen. Das sollte mal mindestens eine Stunde sein. Und wir sehen hier 18,9 Tonnen. Wir brauchen nur 11 pro Stunde. Also das passt. Dann haben wir hier einmal unsere Take-Off-Berechnung. Leider geht das hier im Tablet aktuell noch nicht. Das heißt, wir nehmen dann einfach hier gleich eine Dry Runway, Kahlen Wind für die 2,7 Ride. Dann mit dieser Berechnung, Bleeds On, Flaps One und die Speed zu 142, 144 und 150. Sollten wir jetzt eine nasse Bahn zum Beispiel haben, dann würden wir das hier nehmen. Sollten wir doch schwerer sein als das geplante Take-Off-Wade, dann würden wir die Berechnung hier nehmen. Oder halt, wenn wir eine nasse Bahn haben und schwerer sind, dann entsprechend diese Berechnung. Gut, ansonsten Wetter und sowas müssen wir jetzt hier nicht angucken. Das ist ja alles heute schön. Ich habe ja Standardwetter ausgewählt, sodass wir eigentlich mit dem Sprit, der hier berechnet ist, ganz gut zurechtkommen müssten. Da ich jetzt aber mit dem 3,80 noch nicht so oft geflogen bin, würde ich für einen Go-Around noch was mitnehmen, sodass wir jetzt mal auf 36 Tonnen aufrunden. Und dann sollten wir eigentlich ganz gut aufgestellt sein damit. Um das Ganze jetzt reinzuladen, gehen wir auf die Bodendienste. Dann gehen wir einmal hier auf den Treibstoff und dann seht ihr schon, unser von Simbrief berechnetes Sprit steht schon hier. Das passen wir jetzt einmal auf 36 Tonnen an. Können dann hier auch auswählen, wie schnell das gehen soll. Ich mache jetzt einfach mal Instant, klicke hier auf Play und dann seht ihr schon, haben wir die 36 Tonnen im Flieger drinnen. Dasselbe können wir jetzt auch einmal mit der Nutzlast machen. Das heißt, ihr seht, hier sind die Passagiere schon drinnen, die Fracht ist schon drinnen. Wir können wieder auswählen, wie schnell das Ganze gehen soll. Und dann klicken wir einmal hier auf die Pfeile und dann haben wir unser Loading abgeschlossen. Dann sind wir hier im Tablet erstmal fertig. Wir können uns dann später hier auch noch die entsprechenden Karten von London zurechtsuchen. Das lassen wir im Moment jetzt aber erstmal so sein. Wir gucken uns ganz kurz mal noch die Grundarchitektur hier im Cockpit an. Also wir haben hier links ein Display, wo jetzt aktuell unser FMS drauf ist. Da können wir aber verschiedene andere Sachen auch noch mit draufschalten. Aktuell funktioniert nur diese Surveillance-Seite noch mit. Das heißt, wir können hier dann später unseren Transponder kontrollieren, das TICAS kontrollieren, Wetter, Predictive Winning System und so weiter. Das funktioniert aber aktuell noch nicht. Und ansonsten hier ist auch alles eigentlich schon so, wie es sein soll. Wir müssen halt nur daran denken, später noch Transponder und TICAS entsprechend einzustellen. Ansonsten haben wir hier unten eigentlich einen Trackball, über den wir hier diesen Pfeil steuern würden. Da das jetzt hier ein bisschen umständlich wäre, können wir dafür einfach unsere Maus benutzen. Dazu einfach hier über den Bildschirm hovern. Und das gleiche können wir hier auch auf unserem Navigation Display machen. Ansonsten hat sich die Bezeichnung der Bildschirme auch ein bisschen geändert. Das hier links ist normalerweise ja auch schon das Primary Flight Display gewesen. So heißt es auch hier, das ist das Navigation Display. Dann haben wir einmal ein Engine and Warning Display, das EWD. Das ist das hier. Wir haben ein System Display, das ist hier unten. Und dann zweimal links, das, wo wir eben drüber schon gesprochen haben, ist das sogenannte Multi-Function Display. Wir können ganz normal hier unsere ICAM-Seiten unten durchschalten, so wie wir das gewöhnt sind. Eine Engine Page haben wir hier. Wir haben eine Bleed Page, eine Pressurization Page. Dann eine Seite für die Elektrik. Einmal für AC und einmal für DC Strom. Die sind hier separiert voneinander. Eine Door Page, Conditioning, APU. Und hier drüben noch die Fuel Page, die Wheel Page, Flight Controls und Hydraulic Page. Da würde ich jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen. Wenn euch da irgendwas von interessiert, wie die Hydraulik jetzt hier anders funktioniert oder das elektrische System, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Soll jetzt aber ja nur ein Basic Flug erstmal von A nach B sein, um das neue Flugzeug kennenzulernen und fliegen zu lernen. Sowas wie elektrisches System und sowas, das kann man sich dann später noch genauer angucken. Ansonsten haben wir hier auch unseren Take-off-Config-Button. Hier die Möglichkeit, eine elektronische Checkliste aufzurufen. Die gucken wir uns später dann auch noch an. Hiermit können wir die dann bestätigen, nach oben und unten gehen. Und ganz generell wählt auch der A380 hier immer automatisch eine passende Seite auf dem System Display. In dem Fall, wo wir jetzt hier am Boden sind, hat er die Door Page ausgewählt. Die Eingabe in unserer FMS können wir übrigens hier ganz normal über die Tastatur machen und hier über die Knöpfe, wie wir es schon aus der normalen MCDU kennen. Oder wir können uns hier einfach mit unserer Maus und unserer Tastatur bedienen und uns da durchklicken und über die Tastatur die entsprechenden Eingaben machen. Ansonsten haben wir hier noch das Radio Management Panel, über das wir einmal unsere Funkfrequenzen später einstellen können, worüber wir auch den Squawk einstellen können und noch so ein paar andere Funktionen machen könnten. Da werde ich jetzt aber auch gar nicht zu genau drauf eingehen. Wir haben hier noch dann theoretisch die Möglichkeit, auch Nav-Aids zu setzen, wenn das hier im FMS nicht funktioniert. Und sonst haben wir hier auch noch ein paar Knöpfe für unser TCAS. Den Pitch-Trim können wir hier rüber einstellen. Eigentlich muss man das im Airbus A380 nicht manuell machen. Das heißt, er setzt seinen Pitch-Trim automatisch an den gewünschten Wert, wenn die Triebwerke gestartet werden. Funktioniert hier aktuell allerdings noch nicht. Das heißt, den Knopf müssen wir uns einmal merken. Radar-Trim kennen wir schon, Speedrakes und Flaps funktionieren eigentlich so wie im A320 auch. Und hier haben wir halt jetzt statt zwei dann vier Schubhebel. Dann können wir uns jetzt dran machen und unser Routing hier einmal eingeben. Das können wir entweder von Hand machen oder, wenn wir den Flieger über Simreef verbunden haben, gehen wir hier oben auf den Company Flight Plan Request, drücken da einmal drauf. Dann seht ihr hier Uplink, Insert in Progress. Dann lädt er das Ganze jetzt einmal rein. Dauert einen kleinen Moment. Und dann, wenn das fertig ist, verschwindet unten die Meldung. Hier seht ihr jetzt Received Flight Plan. Dann müssen wir hier einmal draufklicken und auf Insert gehen, um das Ganze zu bestätigen. Und dann seht ihr schon, wird hier alles reingeladen. Heathrow nach Frankfurt, Flybar Wire, Tour Alpha Charlie, Alternate Copenhagen. Mit Flight Level 390 und einem Kostindex von 156. Tripwind können wir hier eingeben, ist aber aktuell noch nicht so relevant. Deswegen lassen wir das mal weg. Hier auf der IAS-Seite können wir dann sehen, wenn das IAS da ist, welches System welche Position hat. Brauchen wir aber aktuell auch noch nicht. Dann gehen wir hier wieder raus und dann seht ihr jetzt hier schon verschiedene Sachen. Wir haben einmal Departure, wir haben Nav Aids, wir haben Fuel and Load und wir haben eben unsere Take-Off Performance. Und vom Grundlegenden funktioniert es hier genauso wie in jedem anderen Airbus, nur dass das Interface eben ein bisschen ein anderes ist. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal auf Departure. Dann seht ihr hier schon, Heathrow ist hinterlegt. Wir wählen einmal unsere Startbahn aus, die Runway 27 Right und hier mit der SID die Deadlink to Foxtrot. Jetzt ist das Ganze gelb, weil das noch ein Temporary Flight Plan ist. Das heißt, wir klicken jetzt einmal hier auf Temporary Flight Plan, Insert Temporary und dann seht ihr, ist unsere Departure Route hier auch automatisch schon reingeladen und ihr seht sie auch hier auf dem Navigation Display. Wenn wir jetzt hier auf den Pfeil klicken, können wir auch das restliche Routing sehen. Das heißt, ihr seht unseren Flugplan jetzt hier noch einmal aufgedröselt bis zum Make.imcom und dann können wir hier einmal auf Frankfurt klicken. Da seht ihr jetzt hier schon ganz viele Möglichkeiten, die wir von diesem Punkt oder zu diesem Punkt jetzt auswählen können. Wir können also hierüber ein Direct To dann eingeben, einfach hier auf From Present Position Direct To gehen, von hier den nächsten Wegpunkt eingeben, was rauslöschen oder halt hier eben Holding Airways, Overflies auswählen und so weiter. In unserem Fall möchten wir aber ein Arrival auswählen und auch hier können wir uns jetzt ganz gemütlich durchklicken. Wir wählen die 25 Links wie besprochen aus. Das Ganze möchten wir mit dem ALS fliegen. Die Arrival ist die Incom 1 Bravo. Und Approach Wire ist Delta Fox 626. Damit haben wir nämlich auch dann die ganze Transition drin. Bei Trends müssen wir nichts auswählen. Das wäre was, wenn wir zum Beispiel in den USA fliegen, wo man über eine Transition dann auf die Star kommt. Auch hier müssen wir wieder auf den Temporary Flight Plan klicken, das Ganze inserten und schon seht ihr, haben wir hier unser gesamtes Routing drinnen. Jetzt seht ihr hier einmal den Track immer, den wir jetzt fliegen, zwischen den Wegpunkten und ihr seht auch einmal die Distanz. Das sind schon mal ganz gute Indikatoren, ob wir was Vernünftiges eingegeben haben oder nicht. Weil wenn jetzt hier plötzlich 3000 Meilen Distanz zwischen zwei Wegpunkten stehen, dann wird da irgendwas nicht passen. Um das jetzt aber nochmal komplett zu überprüfen, können wir hier oben in den Plan Mode switchen. Auch das kennt ihr ja schon. Und dann können wir hier mit dem Pfeil uns einmal durch den Flugplan durchklicken, gucken, dass da keine Unterbrechungen drin sind, gucken, dass das alles auch sinnvoll aussieht. Und in dem Fall scheint das aber vernünftig zu sein. Hier seht ihr die Transition. Hier ist bewusst noch eine Discontinuity drinnen, die ist so im Verfahren veröffentlicht. Wir werden aber nachher den Anflug eh noch ein bisschen zusammenkürzen. Lassen es für den Moment aber erstmal so drinnen. Und dann seht ihr hier noch unseren ILS-Anflug. Und wenn wir noch weiterklicken, alles was hier in blau ist, ist dann unser Mist Approach, also falls wir in Frankfurt durchstarten würden. Damit ist der Flugplan soweit erstmal fertig. Dann würden wir jetzt einmal zurückgehen, würden unsere NAV-Aids nämlich jetzt eingeben. Und dazu müssen wir aber einmal in die Karte gucken, welche wir denn jetzt für unsere Departure hier brauchen. Wir gehen also auf SID, suchen nach unserer Deadling-to-Fox-to-Departure. Hier haben wir sie. Können sie auch direkt einmal anpinnen. Und dann schauen wir, wie das Ganze funktioniert. Wir fliegen also von der 2-7-Ride bis 2-DMI von London. Lima-Oscar-November 113,6. Das seht ihr, ist auch automatisch hier schon eingestellt. Das können wir also schon mal drin lassen. Dann geht es links rum auf einen Track 136 bis 10 Meilen von London. Dort liegt dann Echo Papa Mike. Das ADF könnten wir uns theoretisch auch setzen. Dann fliegen wir aber ja auch noch auf einen Radial 270 Richtung Deadling. Delta Echo Tango, das brauchen wir auch noch. Das heißt, ich würde jetzt bevorzugt mal das hier setzen. Dann geben wir Delta Echo Tango hier ein. Klicken einmal daneben und dann sucht er sich automatisch die Frequenz. Und erkennt auch, dass das ein BOA-DMI ist. Wenn wir jetzt eine ANAV-Departure fliegen würden, dann müssen wir uns theoretisch hier auch gar nichts setzen. Dann könnten wir das einfach so lassen, wie es ist. In unserem Fall ist es aber eine konventionelle Departure. Das heißt, wir stellen damit also sicher, dass wir die NAV-Aids, die wir für die Departure brauchen, hier dann auch hinterlegt haben. Jetzt geht es dran, einmal die Gewichte und sowas einzustellen. Dazu gehen wir hier auf Fuel and Load und müssen jetzt hier einmal die Gewichte eingeben, die wir eben hier im Tablet schon gesehen haben. Das heißt, wir rufen uns hier nochmal die Seite auf. Und dann sehen wir jetzt hier schon unser Zero Fuel Weight. sind gerundet 340 Tonnen. Was auch noch interessant ist, ist unser Zero Fuel Weight CG, 35,3% aufgerundet. Auch das müssen wir uns jetzt einmal merken. Und unser Sprit ist nochmal interessant, den merken wir uns nochmal mit 36 Tonnen. Und die drei Werte müssen wir jetzt hier einmal eingeben. Zero Fuel Weight waren also 340,0 Tonnen. Unser Zero Fuel Weight CG haben wir gesagt, 35,3% und der Block Fuel waren 36,0 Tonnen. Ihr seht, jetzt fängt der Flieger auch an zu rechnen. Ob die Werte hier so richtig zuverlässig sind, kann ich euch noch nicht sagen. Ihr seht aber, Take-Off Weight und Landing Weight passen ungefähr zu dem, was wir vorhin auch schon im Flugplan gesehen hatten. Das sollte also soweit passen. Ansonsten könnte man jetzt hier verschiedene Parameter, zum Beispiel den Taxi Fuel, auf 0,7 Tonnen noch anpassen. Je nachdem, wie man das möchte. Alternate Fuel steht jetzt hier mit 6,5 Tonnen drin. Ist nach Kopenhagen ein bisschen weiter. Das sind eigentlich 12,2 Tonnen. Würden wir auch einmal anpassen. Und die Fun Reserve von 30 Minuten, die rechnet er automatisch aus. So, damit haben wir auch unsere Gewichte jetzt vernünftig eingegeben. Und ihr seht schon, der Flieger erkennt automatisch, was wir nachher für ein Trim Setting für den Take-Off brauchen. Nämlich 36,0%. Das Ganze können wir auch nochmal vergleichen mit der Seite hier, indem wir auf Nutzlast gehen. Dann hier einmal auf den Switch-Knopf drücken. Und dann sehen wir hier, es ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr. 36,4. Das müssen wir uns gleich nochmal merken, weil das brauchen wir dann für die Take-Off Performance. Was wir auch einmal für die Take-Off Performance brauchen, ist jetzt das, was ich euch vorhin im Flugplan gezeigt habe. Nämlich, wir gehen hier einmal runter. Unterhalb des Routings finden wir nämlich eine von SimBrief berechnete Take-Off Performance. Und das ist leider die aktuell einzige, die wir haben. Wir haben eine trockene Bahn. Wir sind genauso schwer, wie wir es sein sollten. Beziehungsweise wir haben ein bisschen mehr getankt. Das heißt, wir nehmen einfach mal diese Berechnung jetzt hier für die Runway 27R. Da hätten wir also eine Flex-Temperature von 66 Grad. Und unsere Beads können wir auf On lassen. Und dann sind die Speads 137, 144 und 149. Das ist einmal merken. Dann hier mit rüber nehmen, auf die Return-Seite gehen und dann auf Take-Off Performance. Und dann sehen wir jetzt hier die normalen Phasen unseres Fluges. Wir bleiben jetzt aber hier erstmal bei Take-Off. Dann seht ihr, wir können hier oben wieder eine Take-Off Shift eingeben. Wenn wir also von der Gesamtbahnlänge was abschneiden würden, dann würden wir das, was wir abschneiden, in Metern einmal hier eingeben. Da wir aber heute die volle Bahnlänge nutzen, können wir das leer lassen. Dann wählen wir hier aus, ob wir einen Toga-Take-Off machen, eine Flex-Temperature auswählen oder einen D-Rate-Take-Off machen. Das kennen wir ja schon aus der Boeing. Funktioniert leider hier in der Version des 380 noch nicht. Das heißt, wir machen einfach einen Flex-Take-Off, geben jetzt hier unsere Flex-Temperature von 66 Grad ein und hier drüben unsere Geschwindigkeiten 137 die V1, 144 die VR und 149 die V2. Unsere F-Speed, unsere S-Speed und unsere Clean-Speed bekommen wir hier drüben auch schon angezeigt. Dann können wir hier noch das Flap-Setting auswählen. Wir wollen bei Flap-Setting 1 gerne bleiben und wir haben ja gesagt, 36,4 ist unser THS-Setting für den Take-Off, unser Setting für den Trimmable Horizontal Stabilizer. Die Packs lassen wir auf On, Anti-Eyes brauchen wir nicht und dann machen wir unsere Thrust-Reduction und Acceleration auf 1000 Fuß über Grund, das heißt auf 1080. Das gibt der Flieger hier automatisch ein. Transition 6000 wählt er auch automatisch, genauso wie die Engine-Out-Acceleration, je nachdem, wie wir es halt vorher eingestellt haben. Normalerweise würden wir jetzt auch noch einen Secondary-Flight-Panel erstellen, wo wir also den Fall des Returns nochmal eingeben würden. Das funktioniert jetzt hier aktuell noch nicht. Hier seht ihr, können wir ansonsten noch Nav-Aids aktuell auswählen. Wir können Status auswählen. Das ist die Seite, auf der wir am Anfang immer rauskommen. Jetzt seht ihr hier einmal die Triebwerke, die hinterlegt sind. Das richtige Flugzeug steht auch mit drinnen. Und wir haben auch eine Database, die noch gültig ist bis zum heutigen Tag. Auch das ist immer wichtig. Dann sind wir mit dem Flugplan jetzt soweit fertig. Was jetzt hier ganz cool ist, wir haben ein sogenanntes OANS, ein Onboard Airport Navigation System. Das hilft uns enorm, wenn wir an großen Flughäfen rollen müssen. Und wenn wir am Boden sind, können wir einfach hier im Arc-Mode bleiben, klicken dann hier bei der Range, die wir für das Navigation-Display auswählen können, einmal nach links, sodass wir in den Zoom-Bereich kommen. Dann dauert es einen kleinen Moment. Und wenn wir eine Navigraph-Integration haben, dann werden wir nämlich hier jetzt einmal das Airport Overlay von London sehen, können dann da auch entsprechend noch weiter reinzoomen. Und dann seht ihr jetzt hier schon, wir stehen auf Position 656 und haben hier das komplette Airport Overlay, das uns dann später beim Taxi hilft. Ansonsten haben wir normalerweise auch hier ein Taxi-Cam. Die können wir leider nicht einschalten. Dann würde ich mir noch einmal die Constraints, also die Höhen- und Speed-Restrictions, die wir unterwegs haben, mit draufschalten. Ich würde mir einmal das Terrain und den Traffic mit draufschalten. Und ansonsten können wir auch hier noch verschiedene weitere Sachen anzeigen lassen. Für mich soll das jetzt aber erstmal soweit passen. Dann gucken wir noch mal kurz in die Departure-Charts, welche Höhe wir gleich für den Take-Off brauchen. Und ihr seht hier unten Deadling 6000 Fuß. Das heißt, das ist auch die erste Höhe, die wir jetzt hier einmal eindrehen. Und dann haben wir hier oben noch ein paar andere Knöpfe. Den Mach- und Speed-Knopf kennt ihr schon. Da können wir eben zwischen einer Indicated Airspeed und einer Mach-Number wechseln. Hier können wir zwischen True und Magnetic North wechseln. Das ist vor allem über dem Atlantik interessant. Oder wenn wir in sehr nördlichen oder sehr südlichen Gefilden unterwegs sind, können wir also unsere Referenz für das Heading wählen. Ob das der magnetische oder der geografische Nordpol sein soll. Hier ganz normal der Knopf zwischen Heading, Vertical Speed und Track FBA. Und hier könnten wir uns noch Meta anzeigen lassen. Ansonsten ist die FCU relativ ähnlich zu dem aufgebaut, wie wir es aus dem 320 kennen. Wir haben hier einmal die Flight Director, die ansonsten nicht ganz an der Stelle sind. Sind halt hier in einem Knopf vereint. Autopilot 1 und 2 und Autothrust. Und sonst halt einen Speed-Knopf, einen Heading-Knopf, einen Altitude-Knopf und einen Vertical-Speed-Button. Sollten irgendwann die Rates zur Verfügung stehen, können wir übrigens auch. Das habe ich euch eben noch nicht gezeigt. Wenn wir zurück hier auf die Performance gehen, beim Climb auch einen Derated Climb auswählen. Hier steht es aktuell noch None. Aber auch für den Steigflug könnten wir theoretisch also den Schub etwas reduzieren. Wird wahrscheinlich irgendwann noch kommen. Ist ja aktuell noch eine Alpha und deswegen können wir es nicht nutzen. Und sonst haben wir in der Cruising-Seite noch einmal unseren Kostenix hinterlegt. Und alles andere macht der Flieger dann später auch automatisch. Da müssen wir also gar nichts anfassen. Ihr seht, er sagt sogar Optimum Flightable 410. Können wir uns also später überlegen, ob wir sogar auf Flightable 410 hochgehen. Für den Moment passt das aber erstmal so. Und dann machen wir ein ganz schnelles Briefing. Mit allem Wichtigen, was wir jetzt hier gleich für den Flughafen und für unsere Departure brauchen. Dazu ist einmal die Airport Chart generell interessant. Die können wir uns hier mal anheften. Dann die Parking Stands brauchen wir. Und was für den A380 auch besonders ist. Wir haben eine Parking Stand und Taxi Chart speziell für dieses Flugzeug. Das heißt, wenn wir uns diese Karte mal angucken. Mit den Parking Stands zum Beispiel. Dann seht ihr hier verschiedene Taxiwege, die grün sind. Und aber auch teilweise Taxiwege, die keine Farbe haben. Wir dürfen mit unserem Flugzeug nur die Taxiwege bedienen, die hier grün hinterlegt sind. Das heißt, wenn wir jetzt gleich zur 27R wollen, dann könnte man zwar ein Stückchen hier über Alpha rollen. Aber irgendwann dürfen wir auf Alpha nicht mehr weiter. Das heißt, wir werden in unserem Fall also hier von der 565 nach Norden pushen. Dann geht es hier raus über Delta. Rechts rum auf Bravo. Und dann können wir problemlos bis hinten an dem Wegpunkt Titan vorbei rollen. Und dann sehen wir auch hier, die Intersections zur Runway sind auch alle grün. Also auch die dürfen wir benutzen. Auch bestimmte Exits von der Runway dürfen wir mit unserem A380 nicht benutzen. Das ist also besonders wichtig, da einmal zu gucken, ob es für die Taxiwege, die wir nutzen möchten. Oder auch für die Dandebahnen, da bestimmte Restriktionen gibt. Dann werden wir hier von Alpha 1 den Lineup machen auf die 27R mit 3.900 Meter Startbahn starten. Da der Flieger ja super leicht ist, für das, was er theoretisch könnte, ist der Start eh unkritisch. Wir können bis V1 abbrechen. Und sollten wir schon zu schnell sein, sagen wir natürlich ATC sofort Bescheid. Und fliegen dann erstmal geradeaus weiter. MSA rund um London 2.100 Fuß in dem Sektor, wo wir unterwegs sind. Das heißt, wir würden dann auf 3.000 Fuß steigen. Da sind wir in jedem Sektor sicher unterwegs. Und dann können wir auch jederzeit nach London zurückkommen. Sind ja below max landing weight. Sonst steht hier drin, no turns below 590 feet. Das werden wir aber sowieso nicht machen. Wir fliegen ja eh bis 2 Meilen in London geradeaus weiter. Und ansonsten, due to interaction with other routes, do not climb above 6.000 until cleared by ATC. Da wir jetzt offenbar unterwegs sind, können wir dann auch gerne weiter steigen. Normalerweise müsste man sich da aber ganz wichtig auch dran halten. So, sonst steht hier noch Transition 6000. When instructed, contact London Controller after takeoff. Report callsign, SID, current altitude and initial cleared altitude. Das würden wir also alles dem Departure-Lotsen mitteilen, den es aber ja heute nicht gibt. Dann gibt es hier noise preferential routes, die auch übrigens in London Heathrow sehr genau überwacht werden. Cruise levels will be issued after takeoff by London Control. Do not climb above SID levels until destructed. Das war das, was wir eben schon gesagt haben. Und der Localizer DMI liest 0, also genau 0, wenn wir über die Threshold von der 0.9 rechts fliegen, da nicht verwundern lassen. Und wir erwarten close in obstacles. Und generell steht hier wieder max 250 below flight level 100, unless otherwise authorized. Ist aber für uns heute kein Problem, da der Flieger ja super leicht ist. Ansonsten seht ihr hier noch verschiedene Restriktionen. Das heißt, wenn wir bei 10 DMI London sind, müssen wir zwischen 4.000 und 6.000 Fuß haben. Dann fliegen wir links rum auf dieses Radial. Bei 32 DMI Deadling dann zwischen 6.000 und 5.000 Fuß. Und ab 29 DMI müssen wir dann theoretisch die 6.000 Fuß bis Deadling halten. Da wir jetzt aber keinen Lotsen haben, können wir uns das sparen. Und können also über die Constraints dann auch schon hinausfliegen. Damit haben wir jetzt einmal alles Wichtige für die Flugvorbereitung schon mal gemacht. Jetzt würden wir natürlich im Hintergrund die Passagiere einsteigen lassen. Wir würden einmal jetzt nochmal mit dem Kollegen reden, dass wir beide im Bilde sind, was wir jetzt gleich vorhaben. Und dann sind wir mit der Flugvorbereitung soweit erstmal fertig. Ja, damit soll es das für den ersten Teil dieser Tutorial-Reihe schon gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war kein zu großer Informations-Overload. Ich hoffe, dass ich euch an den richtigen Stellen noch ein paar interessante Infos mitgeben konnte. Wenn noch irgendwas unklar ist, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für mich habt, lasst es mich super, super gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten folgt direkt im Anschluss auch schon der zweite Teil des Fluges, bei dem wir uns dann um Pushback kümmern werden und dann zu Startbahnrollen starten werden und uns auf den Weg nach Frankfurt machen. Wenn ihr möchtet, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren ist auch kostenlos und dann sehen wir uns hoffentlich bald zu einem neuen Video oder zum nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht es gut und wie immer, always happy landings! Bis dahin, macht es gut und wie immer, always happy landings!